so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die scuba von volt mal wieder eine fette 30 mm cake hier schön auf dem kanal was gibt es auch sonst mit 499 gramm nem also ordentlich voll das ding ja wer mich kennt der sollte wissen hier wird es gleich spaßig uns erwarten nämlich fette geile goldwirbel aufstieg da war da da und oben haben wir so richtig geile blinker wird sagen wir fackeln nicht lang rum günstig ist das teil nicht kostet 32 euro kommt dann immer noch darauf an wo man sie holt aber ich würde sagen jetzt gehen wir sofort draußen zünden das ding let's go von volt ich würde schon geil oder Finde ich geil!